Julian Egle von den Limo-Machern. Ihr erobert als Start-up gerade ganz vor Arlberg. Wie und wann seid ihr auf diese Geschäftsidee gekommen? Hallo, danke für die Einladung erstmal. Wie sind wir dazu gekommen? Wir haben vor über eineinhalb Jahren die Idee gehabt, einen Drink zu relaunchen, ein neues Etikett zu gestalten von einem bestehenden Drink, haben das dann in Angriff genommen, sind dann aber recht rasch darauf gekommen, dass es ganz viele Hürden mit sich bringt, viele finanzielle Hürden, viele bürokratische Hürden und das war irgendwie dann doch nicht das hundertprozentig, was wir wollten. Und dann haben wir, frag uns nicht wie, das Modell umgestellt mit einem Kollegen zusammen, mit dem Alexander Thurnherr und haben gesagt, hey, verwenden wir doch den Zugang, den wir zur Limonade haben und geben den anderen. Und somit ist das irgendwie langsam entstanden, dieses White Labeling nennt sich das, dass wir unsere Limonade anderen zur Verfügung stellen, das Etikett des Kunden draufkleben, gratis designen. Genau, so ungefähr war das der Plan und der Rhythmus dahinter. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann man das Ganze aufstellen, wie arbeitet man da ein sinnvolles und lässiges Geschäftsmodell und haben dann erstens eben den Abfüller gefunden, haben in der FH Vollberg, wo ich aktuell noch studiere, einen Partner gefunden für strategische Entscheidungen für Netzwerk für Know-how bei der Magdalena Meusburger. Grüße. Und haben dann den Kontakt zur Lebenshilfe gesucht, weil wir irgendwas noch machen wollten, vor allem einen sozialen Aspekt, da ich den Zivildienst für die Lebenshilfe gemacht gehabt habe. Und haben dann binnen kürzester Zeit wirklich den Deal abgeschlossen mit der Lebenshilfe. Binnen zwei Wochen haben gesagt, okay, die etikettieren für uns und machen die komplette Lagerhaltung für uns, der komplette Warenversand für uns. Also wir machen alles Auge, so was, dass wir uns auf das Geschäft konzentrieren können, was wir können. Und jeder macht jetzt so quasi, was er gut kann. Und das war der Sinn dahinter. Und im August 2016 sind wir dann auf dem Markt. Wer bestellt eigentlich eure Limo? Also wir sind zweigleisig aufgestellt. Wir haben auf der einen Seite die Privatkunden und die Firmenkunden. Die Privatkunden, die bestellen meistens für Hochzeiten, Geburtstage, Taufen, jegliche Anlässe, aller Art. Wirklich, da ist alles dabei. Dann die Firmenkunden, die nehmen es für interne Meetings, für Veranstaltungen, für Messeauftritte, für Weihnachtsfeiern. Wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und auch Gastronomiekunden haben wir bereits, die das komplette Sortiment personalisieren. Ihr Logo draufgeben, ihren Kunden das präsentieren als besonderes Getränk. Was genau macht denn euer Produkt so einzigartig? Genau, das ist auf der einen Seite die Möglichkeit der Mindestmenge, dass man es ab 24 Stück erwerben kann mit meinem eigenen Etikett. Einzigartig macht unser Produkt, dass wir das Design kostenlos dem Kunden anbieten. Das heißt, er braucht keinerlei grafische Fähigkeiten zum Etikettdesignen. Wenn sie es haben, Agentur dahinter für Firmenkunden oder mit grafischen Fähigkeiten, die können sie es auch selber machen. Die zwei Dinge, dass es regional ist, ganz klar, wir wissen, was da drin ist. Es ist deutlich weniger Zucker wie andere Limonaden, es hat weniger Kohlensäure wie andere Limonaden und macht es dadurch sehr sympathisch. Wo produziert ihr eigentlich eure Produkte? Die produzieren wir in Lingenau. Da haben wir den Abfüller, den Joachim Fink, als Mitgründer gewinnen können und haben ihn überzeugt von unserem Geschäftskonzept. Und dann ist er aufgesprungen und dort produzieren wir aktuell. Was war die seltsamste Etikette, die ihr bis jetzt hergestellt habt? Das war tatsächlich von meiner Freundin, der Bruder, der hat Geburtstag feiert, glaube ich. Und der war eher halbnackt auf einem Pelikan im Swimmingpool abgebildet, auf dem Etikett. Ihr wollt ja jetzt ganz Österreich mit eurer Geschäftsidee erobern. Wie genau plant ihr das? Mit viel Sympathie. Das ist leichter gesagt wie getan. Aber wir versuchen ein ganz sympathisches Branding zu machen. Und jetzt haben wir jetzt in Vollberg gestartet mit ganz vielen PR-Terminen, mit viel Online-Marketing. Und jetzt sind wir eben so weit, dass wir nach Österreich verschicken können, transportsicher. Das hat ganz lange gedauert, bis wir das Problem gelöst gehabt haben. Und jetzt gehen wir mit Online-Marketing langsam in die anderen Bundesländer, mit PR-Terminen, mit viel Sympathie. Wir haben einfach ein Storytelling dahinter. Unsere Facebook-Seite, unsere Hobby ist sehr transparent. Die Leute können wirklich mitkriegen, komplett. Was wir machen, wenn wir was machen, was wir gemacht haben. Was erfolgreich, was nicht erfolgreich. Und das ist so unsere Philosophie ein bisschen dahinter. Sympathie, inspirieren. Und das Ganze geht aber nur, wenn wir wissen, dass das Produkt funktioniert. Habt ihr jetzt bereits neue Projekte, die ihr in Zukunft realisieren wollt? Tatsächlich. Status Quo kann ich noch nicht viel verraten, leider. Sie sind aber im Getränkebereich. Also wir werden uns da noch relativ breit aufstellen. Haben da noch, ich nenne es jetzt, ein paar Joker im Ärmel. Und das wird sich auf Mitte Jahr circa ziehen. Und dann gibt es noch ein paar lässige Sachen. Das heißt, wir können Mitte Jahr mit neuen Getränkesorten rechnen? Getränkesorten sowieso. Aber es sind ganz andere Projekte, wo mit dem Getränke-Business zu tun haben, werden kommen. Aber ja, die Natur-Tripe-Citra ist aktuell unser neuestes Produkt im Sortiment. Hat sich gleich als Bestseller geoutet. Und da wird noch Spezi folgen, Eisdier folgen, Apfelschorle folgen, Sekt02 Liter folgt, Radler folgt, Bio-Bier wird folgen. Also wir werden nicht deutlich in die Breite gehen, weil die Nachfrage da ist.